ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play infamous wir machen heute weiter mit der nächsten mission und zwar überlege ich mir gerade was machen als erstes ich hoffe wir holen uns den parken holen wir checken jetzt hier um die lage ab oder hier schon reingehen also hier unten durchgehen ich will nicht hier unten sogar durchgehen wir machen market district weil das ding habe schon noch 79 prozent das heißt wir arbeiten uns über market district durch so mal auf die uhr gucken ok passt perfekt da weiß ich ungefähr wie lange die folgen sind wir fangen mit markt direkt an würde ich sagen so hier irgendwo muss nämlich ein checkpoint sein und zwar hier die wollen aber was von uns in der pc zerstört ich muss doch hier raus ist mir ganz so zu viel ich muss mich gar wieder ein bisschen holen so 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 Kommen wir her hier. Ich muss mich jetzt wieder ein bisschen orientieren gerade mal. Mal wieder ein bisschen aufladen. So, der Junge ist tot. Also nicht tot, sondern besiegt. Mal kurz den LPC ausholen. Beziehungsweise aushalten. Und den holen wir aber hoch. Komm. Wir sind hier keine Assis. So, der ist Hubs. So, einmal kurz die Scherben ziehen. Das fühlt sich gut an. Und wieder einige. So, dann machen wir den kurz. Eben richtig. Upsi. Die Zivilis war natürlich nicht die Beabsichtigung. Upsi. Gut. Okay. Ah, ja. Das war... So, wir müssen weitermachen. Habe hier keine DUP Einheiten gerade mal. Da ist noch eine Kamera. Da ist noch eine Kamera. War was? So, die Jungs haben wir mal die Kamera da haben wir mal geholt. So, da oben. Bist der Kollege, aua. So, du bist kaputt. Wo ist der jetzt? Du schießt, Frank, glaube ich. War was? So. Aber das muss auch mal gut sein. Ich muss jetzt mal kurz den Rauch hier eben holen. Hör mal. Hör mal. Hast du dich schon? Nicht eigentlich. Hat der Mama dir nicht beigebracht, dass man hier nicht mit... Hat der Mama dir nicht beigebracht, dass man hier auf fremde Leute schießt? Also sind natürlich wieder einige unterwegs, klar. So, die hauen wir uns mal eben kurz... Hör, wo? Oh, da bist du. So. Natürlich haben wir hier viele, viele Gegner. Nun. Können wir rauchen ziehen. Oh, ja. Ich glaube, da ist einer von den ganz Ticken. Kaputt. Ich bin jetzt schon. Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. 70 prozent nur noch also ich dachte nur noch 68 prozent so 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 Ja, das war's. Ja, habt ihr. Die sind auf jeden Fall nicht gerade schlecht bewacht, die Jungs. Das heißt, wir werden auf jeden Fall dicke Arbeit haben müssen. Um die irgendwie zu klein und verarbeiten zu können. Ich werde nicht müde. Ich spiele noch ein bisschen mit euch. So. Ja klar, es sind noch ein paar Leute. Die unter dem steht halt so dicker da noch. So, ob der ist besiegt? Die sollen jetzt mal kommen. Es sind immer noch ein paar Gegner. Also, man kann nicht mehr... Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Ich hoffe sie. Ich glaube, wir müssen den nochmal holen. Also hier liegen Leute rum. Also nicht, dass der wirklich weg ist. Ich glaube, wir haben aber keinen mehr, ne? Also ich glaube, wir haben echt den, wir haben den echt down. Sind nur die zwei Geschütze hier noch. Die stören ein bisschen. So, der ist Geschichte. So, du Geschichte, du bist down. Wo sind wir? Wo ist denn jetzt noch Geschichte? Habe ich die doch jetzt noch rausgeschickt? Ich bin jetzt noch rausgeschickt. Scheiße! 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 Tja. Tja. Das Gute ist, ich kann mich an den Autos hier mal wieder ein bisschen aufladen. Das Gute ist, ich kann mich an den Autos hier mal wieder ein bisschen aufladen. Dann lade ich mich mal wieder komplett auf an dem ADC. Warte mal, wo war der Rauch? Wo war jetzt gerade wieder Rauch oder was? Ach, hier hinten, okay. Super. Ich glaube, meine Information müssen die aber hier oben irgendwo sein. Ja, das muss halt. Ach, da haben wir recht. Wichtig ist, dass ich das Dinger wegkriege. Ja. 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 So, direkt das Automatikgeschütze ist weg. Das erste zumindest. So, da ist das Ding so. Ich besiege dich nur. Ich mach dich nicht. Ganz kalt. So, und beide Automatikgeschütze sind down. Zumindest haben sie jetzt gerade richtig schön an Manneskraft verbraten. Ja, 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 mein Freund. So, einmal kurz den, die machen. Viele Gegner haben wir ja nicht mehr, ne? Aber sollen wir persönlich recht sein? Umso weniger Gegner wir haben. Oh, ich hab immer die Sohnskiste sogar noch zerstört. Ah, ich muss jetzt mal die Feinde ausschalten, bis ich hier weitermachen kann. Uh, ha. Hey, 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 ja, 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 ja. Das wird definitiv alles halb und rals einfach hier werden. Aber den Rest sehen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Infamous Second Son. Bis dahin und auf Wiedersehen.